Guten Morgen ihr Lieben, ich grüße euch. Ich möchte heute mit euch einen Pullover häkeln. Und zwar beginnen wir da mit 30 Luftmaschen. Natürlich könnt ihr ihn auch wieder größer häkeln. Diesmal ganz einfach. Ihr braucht eine Maschenanzahl, die durch zwei teilbar ist, sprich eine gerade Maschenanzahl. Also entweder 2, 4, 6. Gut, das wäre ein bisschen klein. Ich fange, wie gesagt, mit 30 an. Vielleicht braucht ihr 40 oder auch 50. Einfach abmessen, schauen, vielleicht eine Maschenprobe machen. Schauen, wie fest oder wie locker ihr häkelt, abmessen und das hochrechnen auf die Maße, die ihr braucht für den Pullover. Okay. Wir beginnen natürlich wie immer mit einem ganz normalen Knoten. Ich häkel mit Nadelgröße 5. Diesmal Schöller Stahl, Hitwolle. Ja, und ich nehme Grau dafür. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so 30 Luftmaschen aufgenommen. So. Für unser erstes Stäbchen häkeln wir wie immer 3 Luftmaschen extra. 3. Nehmen uns unseren Umschlag und stechen in die 5. Masche von hier oben gezählt. 1, 2, 3, 4, in die 5. Masche einstechen und ein Stäbchen häkeln. Also Faden um die Nadel, die nächste Masche einstechen, Faden durchziehen, durch die ersten beiden Schlaufen und durch die letzten beiden Schlaufen. Wir häkeln die ganze Reihe, in jeder Masche ein Stäbchen und wenn wir das gemacht haben, bin ich wieder da und zeige euch, wie es weitergeht. Bis gleich. So. Haben wir die 30 Stäbchen gehäkelt. Wir machen wieder 3 Luftmaschen und wenden die Arbeit und häkeln jetzt nochmal die Stäbchen zurück. Also wirklich auch wieder in jeder Masche ein Stäbchen. Dann machen wir noch zusätzlich 2 Reihen mit Stäbchen. Das heißt, wir haben also am Anfang des ersten Teils des Pullovers 4 Reihen mit Stäbchen. Und danach beginnen wir mit dem Muster. Okay. Also wie gesagt, die Reihe jetzt noch mit Stäbchen plus die nächsten 2 Reihen auch mit Stäbchen. Hinten wird natürlich dann beendet in der 3. Luftmasche mit einem Stäbchen. Und wenn wir wieder eine neue Reihe beginnen, immer das erste Stäbchen sind 3 Luftmaschen. Also die 3 Luftmaschen ersetzen das erste Stäbchen. Okay. Also wir sind jetzt bei der 2. Reihe. Wir brauchen also noch eine 3. und eine 4. Dann bin ich wieder da. Also ihr Lieben, bis gleich. So ihr Lieben. Die ersten 4 Reihen haben wir geschafft. Vom ersten Teil. Jetzt kommen wir zum Muster. Wir machen wieder 3 Luftmaschen. Wenden wieder. Holen den Faden. Gehen jetzt hier in die 2. Masche rein. Ups. Holen den Faden durch. Ziehen ein wenig hoch. Nehmen uns wieder den Faden um die Nadel. Stechen nochmal in dieselbe Masche ein. Holen den Faden durch. Ziehen auch den hoch. Und noch einmal Faden um die Nadel. Durch die Masche. Durch dieselbe Masche durch. Faden holen. Und ein bisschen hochziehen. Faden holen. Und durch alle Maschen durchziehen. Und zum Schluss mit einer Luftmasche diesen Puschel schließen. Wir nehmen uns wieder den Faden um die Nadel. Wir lassen jetzt eine Masche frei. Stechen in die nächste ein. Holen uns wieder den Faden durch. Ziehen wieder hoch. Holen den Faden wieder und durch die Masche durch. Holen den Faden. Ziehen hoch. Noch ein drittes Mal. Faden um die Nadel. Durch die Masche durch. Faden holen. Hochziehen. Und den Faden komplett durch alle Schlaufen ziehen. Und schließen mit einer Luftmasche. Noch einmal. Wir nehmen den Faden um die Nadel. Wir lassen eine Masche frei. Stechen in die nächste ein. Holen uns den Faden durch. Ziehen hoch. Holen uns den Faden. Stechen wieder durch die Maschen durch. Holen den Faden. Ziehen hoch. Und noch ein drittes Mal. Faden um die Nadel. Durch die selbe Masche durch. Faden holen. Und den Faden holen. Und durch alle Schlaufen durchziehen. Und mit einer Luftmasche schließen. Okay. Das macht ihr die ganze Reihe. Also ein Puschel. Wir fangen hier vorne. Fangen wir gleich in der zweiten an. Wir haben hier drei Luftmaschen. Stechen in die zweite. Und häkeln ein Puschel. Mit einer Luftmasche. Lassen die nächste frei. Häkeln ein Puschel. Mit einer Luftmasche. Eine Masche frei. Eine Puschel häkeln. Mit einer Luftmasche. Und dann wieder eine frei. Und dann kommt der nächste Puschel. Das machen wir wie gesagt die ganze Reihe. Und wenn wir das erledigt haben. Bin ich wieder da. Also bis gleich. So. Da haben wir die Reihe gleich geschafft. Wir haben hier hinten noch ein Puschel. Wir lassen diese frei. Und häkeln in unserer dritten Luftmasche. Ein normales. Moment. Ein normales Stäbchen. In der dritten Luftmasche. Am Ende. So. Wir machen wieder drei Luftmaschen. Wenden wieder. Und wir machen hier vorne, wo die Luftmaschen sind. In dieselbe Masche noch ein Stäbchen. So. Und jetzt kommen in jede Lücke zwei Stäbchen. Einfach hintereinander weg. Eins. Und zwei. Und in die nächste Lücke zwei Stäbchen. Und in die nächste Lücke zwei Stäbchen. Das machen wir auch die ganze Reihe. Wie gesagt. Die ganze Reihe. Jeweils zwei Stäbchen in die Lücken. Und dann bin ich wieder da. Also bis gleich. So. Da haben wir die Reihe auch gleich geschafft. Auch hier hinten. Häkeln wir in die letzte Luftmasche. Also in die dritte Luftmasche meine ich. Zwei Stäbchen. Also in die ein und dieselbe Masche. Kommen zwei Stäbchen. So. Und wir machen hier wieder drei Luftmaschen. Drei. Und jetzt häkeln wir ganz normal die Stäbchen in jede Masche ein Stäbchen zurück. Also wirklich in jede Masche ein Stäbchen. Also dieses Muster ist wirklich einfach. Alles mit Stäbchen wird hier gearbeitet. So. Auch wieder die ganze Reihe mit Stäbchen. Bis gleich. So. Auch die Reihe haben wir gleich geschafft. Auch hier beenden wir in der dritten Luftmasche. der Vorrunde. So. Und dann haben wir das Muster einmal gehäkelt. Also das Muster besteht aus drei Reihen. Einmal die Puscheln. Dann die zwei Stäbchen in der Lücke. Und dann eine Reihe mit Stäbchen hintereinander weg. Dieses Muster wird jetzt insgesamt sechsmal gehäkelt bei dieser Größe. Wenn ihr es natürlich größer habt, müsst ihr es dann das Muster vermutlich acht oder zehnmal oder sogar zwölfmal wiederholen. Je nachdem, wie lang ihr den Pulli haben wollt. Ja. Ich wiederhole es sechsmal. Also einmal haben wir schon. Also noch fünfmal. Insgesamt sechsmal in Folge. Immer im Wechsel. Puscheln. Zwei Stäbchen in einer Lücke. Und eine Reihe mit normalen Stäbchen. Dann wieder anfangen mit Puscheln. Dann die Reihe mit den zwei Stäbchen in der Lücke. Und dann wieder eine normale Reihe mit Stäbchen. Wie gesagt, insgesamt brauchen wir diese drei Reihen sechsmal in Folge. Eins, zwei, drei und so weiter. Wenn wir die gehäkelt haben, bin ich wieder da, zeige ich euch den Ausschnitt oben am Hals. Wie ich mir das diesmal überlegt habe. Und dann gehen wir zu den Ärmeln über. Alles klar. Dann bis gleich. Viel Spaß beim Häkeln. So, ihr Lieben. Da haben wir diese Teile geschafft. Also noch ein zweites Muster häkeln. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechsmal drei Musterreihen. Also eine Musterreihe besteht aus drei Reihen. So, wir haben das jetzt erledigt. Wir häkeln jetzt zwei Luftmaschen. So, hinten wieder. Und häkeln jetzt in jede Masche eine feste Masche. Und das zwei Reihen lang. Also jetzt diese Reihe und die Rückreihe bitte mit festen Maschen. Also wir machen halt keinen Umschlag und stechen in jede Masche ein, holen den Faden und häkeln die beiden Schlaufen ab. Okay. Also wie gesagt, die ganze Reihe und die nächste auch. Wenn ihr hinten angekommen seid, natürlich die letzte feste Masche in die dritte Luftmasche. Dann bitte wieder zwei Luftmaschen häkeln, wenden und die festen Maschen zurück häkeln. Wenn wir das gemacht haben, bin ich wieder da. Dann bis gleich. So, haben wir die beiden festen Maschen rein gehäkelt. Wir machen wieder zwei Luftmaschen. Wenden nochmal. Häkeln jetzt sechs feste Maschen. Also das zählt schon als erste feste Masche. Also sechs an der Zahl. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Wenn ihr natürlich größere Größen habt, müsst ihr hier vielleicht auf acht oder zehn ausweiten. Okay. So, sechsmal feste Maschen gehäkelt. Jetzt häkeln wir Kettmaschen. Ups. Also einstechen, Faden holen und einfach durch die Masche durchziehen. Holen und durchziehen. Nicht ganz so festziehen, sonst wird es am Hals zu eng. Kettmaschen machen wir jetzt so lang, bis wir dann auf der anderen Seite auch die sechs festen Maschen häkeln können. Jetzt noch ein Stückchen. So, wir durchzählen. Und zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also eine feste Masche noch. Äh, eine Kettmasche noch. So. Und jetzt machen wir wieder feste Maschen. Und zwar müssen es jetzt wieder sechs sein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und hinten in den Luftmaschen kommt die sechste. So. Und dann können wir das abschneiden. Dann haben wir es geschafft. Wie gesagt, das Teil brauchen wir zweimal. Hier oben haben wir dann den Halsausschnitt. Einen leichten Ostmal. Weil ja mal gefragt wurde, ähm, wie man einen runden Halsausschnitt macht. Ähm, ich fange immer kurz, also klein an. Also wir haben jetzt einen kleinen, runden Ausschnitt. Nicht ganz so wie Schiffchen-Ausschnitt. Sondern leicht ausgeschnitten. Den behäkeln wir aber nachher dann zum Schluss noch. Den Halsausschnitt. Ähm, wie gesagt, wir brauchen hiervon zwei Teile. Und wenn wir das gemacht haben, bin ich wieder da. Also das gleich. So, ihr Lieben. Jetzt haben wir beide Teile gehäkelt. Ich habe schon mal mir die Ärmel-Ausschnitte markiert, äh, wie breit ich den Ärmel haben will. Dann habe ich mir hier oben das schon mal, dass das wirklich alles gleich ist, hier oben die sechs, äh, festen Maschen markiert. Und auch hier drüben, die häge ich, äh, oder nähe ich zusammen. Ich glaube, diesmal werde ich es nähen statt häkeln, damit die Naht nicht so dick wird. Ähm, dann wird halt hier zusammengenäht, hier unten. Dann haben wir den Ärmel-Ausschnitt. Und wir nähen hier oben die sechs, äh, festen Maschen zusammen. Und eben auf der anderen Seite ebenfalls. So. Gut. Kommen wir erstmal zum Ärmel. Da beginnen wir auch mit Grau, brauchen etwas Weiß oder eben die Farbe, die ihr möchtet. Ähm, wir nehmen als erstes zwölf Maschen auf. So, zwölf Maschen für den Ärmel aufnehmen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf und zwölf. Wir machen zwei Luftmaschen. Das ist unsere erste feste Masche. Eins, zwei, drei. Und wir stechen in die vierte Masche ein. Und häkeln auch da eine feste Masche. Und wir häkeln die ganze Reihe feste Maschen. Bis wir hinten angekommen sind. So, sind wir auch mit der ersten Reihe für den Ärmel fertig. Wir nehmen zwei Luftmaschen und häkeln feste Maschen wieder zurück. Stechen hier, die Luftmaschen sind die erste feste Masche, stechen in die zweite Masche ein. Und häkeln auch hier wieder feste Maschen. Das häkeln wir noch zweimal in Grau, also so, dass wir vier Reihen haben. Und wechseln dann nach den vier Reihen in Weiß. Also ich wechsle in Weiß. Häkel da zweimal feste Maschen in Weiß. Und wechsle dann wieder ins Grau. Und häkel vier Reihen feste Maschen. Dann wieder zwei Reihen Weiß. Dann wieder vier Reihen Grau. Und so weiter. Bis man die Stärke hat, die man braucht für das Ärmelchen. Und zwar brauchen wir das hier unten. Also hier kommt dieses Bündchen hin. Also wie gesagt, vier Reihen in Grau und zwei Reihen in Weiß. Ich werde, und auf Weiß enden, weil wir ja das dann hier zusammennähen, brauchen wir natürlich am Ende zwei Reihen Weiß. Ich schau mal, aber ich denke mal, ich werde vier Reihen Weiß machen. Also viermal Weiß. Und viermal Grau natürlich, vier Reihen. Viermal vier Reihen Grau und viermal zwei Reihen Weiß häkeln. So, also wie gesagt, wir sind jetzt hier bei der dritten Reihe. Wir häkeln dann noch eine Reihe wieder zurück in Grau und wechseln dann ins Weiß und häkeln da zwei Reihen mit festen Maschen in Weiß. Wechseln dann wieder ins Grau, machen da auch wieder vier Reihen Grau und dann wieder ins Weiß wechseln. Gut, wenn wir das gemacht haben, bin ich wieder da und zeige euch, wie es weitergeht. Dann bis gleich. So, ihr Lieben, da haben wir das Bündchen fertig. Das wird dann so zusammengehekelt, sodass wir dann das Bündchen halt mit den Streifen senkrecht haben. Okay. So, jetzt fangen wir hier oben an. Wir nehmen jetzt hier wieder die Maschen auf. Hups. Wirklich hier vorne in der ersten Masche. Wir häkeln jetzt wieder so. Und wir nehmen die Maschen auf, und zwar als Stäbchen. Das heißt, wir machen vorne erst drei Luftmaschen für unser erstes Stäbchen, holen den Umschlag und stechen in die zweite Masche. die kommt ein und häkeln da auch ein Stäbchen. Und in die nächste Masche ein Stäbchen. Und in die vierte ein Stäbchen. Und in der fünften häkeln wir zwei Stäbchen. Wir nehmen also nochmal Maschen zu. Wir müssen insgesamt bei der Größe auf 28 Maschen jetzt kommen. So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also jede fünfte ungefähr Masche zunehmen. Dann haben wir jetzt hier 1, 2, 3. 2, 4, und in der fünften machen wir wieder 2 Stäbchen. Ups. Nochmal. So, dann machen wir jetzt wieder 2 rein. Da haben wir jetzt schon 12 Stäbchen. So, und wieder 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, und in der fünften wieder 2 Stäbchen. Dann wieder 1, 2, 3, 4, und in der fünften. und hier hinten 28 haben wir 28 Stäbchen verteilt und beginnen jetzt wieder mit unserem Muster also 3 Luftmaschen für den Anfang wir wenden holen den Umschlag und beginnen in der zweiten Masche mit unserem ersten Pusche 1, 2 und 3 durchziehen, eine Luftmasche wieder ein Umschlag wir lassen eine Masche frei stechen dann in die übernächste ein 1, 2 und 3 und eine Luftmasche wieder den Faden, eine frei also wirklich das Muster so wie wir es beim Vorder- und Rückenteil gehäkelt haben jetzt auch am Arm allerdings nehmen wir wenn die Reihe mit den Stäbchen kommen also nur die Stäbchen, wo man nicht nicht jetzt hier die danach kommt wo wir 2 in die Lücke häkeln, sondern die nächste wo jede Masche ein Stäbchen ist nehmen wir am Anfang und am Ende jeweils noch eine Masche zu aber das zeige ich euch nochmal 1, 2, 3 wir häkeln jetzt erstmal diese Reihe zu Ende und die nächste dann bin ich nochmal da zeige euch das nochmal und bei der übernächsten nehmen wir Maschen zu ok, dann bis gleich so, da haben wir die Reihe fast geschafft wir machen natürlich hier hinten in den Luftmaschen noch in der dritten eine ein Stäbchen so dann haben wir die Reihe geschafft so sieht es aktuell aus so ist vorne ok so, wenn ihr natürlich wenn ihr dann größer häkelt den Pullover müsst ihr halt gucken wie weit ihr dieses Bündchen natürlich wie lang das sein muss natürlich vielleicht auch sogar breiter das hatte ich vorhin nämlich vergessen zu sagen probiert es halt an es muss halt dann hier drumrum passen das sollte ein bisschen enger sitzen das sieht dann einfach schicker aus und dementsprechend dann die Maschen hier natürlich auch so zunehmen dass das Muster wieder aufgeht ok so dann machen wir jetzt wieder drei Luftmaschen wenden wieder die Arbeit machen hier vorne gleich bei den Luftmaschen noch ein Stäbchen rein und jetzt in jede weitere Lücke auch zwei Stäbchen bis wir hinten angekommen sind und dann bin ich wieder da und zeige euch nochmal oder sage euch nochmal die Zunahmen also bis gleich so die Reihe haben wir geschafft auch hier hinten in der dritten Luftmasche kommen natürlich zwei Stäbchen rein ok so wir machen wieder drei Luftmaschen und sind jetzt bei der Reihe wo nur Stäbchen kommen in jede Masche ein Stäbchen allerdings nehmen wir jetzt in jeder weiteren Masche von dieser Reihe also die Luft ähm die Stäbchenreihe nehmen wir immer jeweils auf jeder Seite eine Masche zu das heißt wir häkeln in die zweite Masche zwei Stäbchen eins und noch eins so dann häkeln wir ganz normal die Stäbchen bis fast ganz nach hinten in jede Masche ein Stäbchen bis wir hinten angekommen sind und hier hinten in dieser Masche in der nicht in der Luftmasche äh letzten dritten hier nicht da da kommt nur ein Stäbchen rein sondern eine vorher kommen auch nochmal zwei Stäbchen in eine Masche ok dann häkelt ihr wieder ganz normal zurück und zwar hier mit diesen Puscheln ganz normal anfangen drei Luftmaschen gleich in der zweiten kommt das erste der erste Puschel dann eine frei der nächste Puschel und so weiter dann die nächste Reihe wo wir die Stäbchen als V häkeln sieht hier so ein bisschen aus wie ein V dann kommen wieder die Zunahmenreihe also sprich vorne eine doppelt und hinten eine doppelt auf keinen Fall hier bei den Luftmaschen sondern in der zweiten Masche die Zunahmen häkeln ok und das häkelt ihr so lange bis die Länge stimmt ähm ich vermute mal vier Muster bestimmt vier Musterreihen also vier mal drei Reihen ich schaue mal und sage euch das dann sobald ich es fertig gehegelt habe dann bis gleich so ihr Lieben die Ärmel sind fertig auch zusammengenäht habe es diesmal mit einer Nadel zusammengenäht wir haben ein, zwei, drei, vier, fünf mal drei Reihen von den Mustern also ne hier haben wir also wir haben ja hier unten angefangen erst eine Reihe Stäbchen und dann mit dem Muster begonnen das heißt ein Muster zwei Muster drei Muster vier und zum Schluss nochmal fünf Muster wir haben in jeder Reihe jeweils eine also in der Reihe der Stäbchen jeweils eine Masche am Anfang und eine am Ende zugenommen so dass das hier eine leichte Schrägung ergibt ja so die Teile habe ich jetzt schon zusammengenäht wie gesagt diesmal habe ich es genäht nicht gehegelt habe nun hier unten zum Abschluss noch ein zwei Runden feste Maschen gehegelt mit weiß damit das eben hier ein schön nochmal aufgenommen wird im Prinzip und man kann die Ärmel so lassen oder wie gesagt wie ihr eben schon gesehen habt einfach umklappen wenn sie vielleicht dann einen Tick zu lang geworden sind sieht das nämlich auch sehr schön aus so wie gesagt hier unten zwei Reihen feste Maschen als Abschluss alles zusammen genäht habe jetzt hier oben mit dem Kragen schon angefangen habe die Maschen aufgenommen hier habe ich die Maschen schon aufgenommen für den Abschluss vom Halsausschnitt also wirklich unter jede Masche drunter Faden holen und eine feste Masche häkeln habe hinten angefangen hinten in der Mitte Ende jetzt beende die Runde mit einer Kettmasche und häkel jetzt nochmal eine Runde feste Maschen und nehme aber noch Maschen ab das zeige ich euch jetzt so also wir haben jetzt erst mal feste Maschen zu häkeln nachdem wir die Maschen aufgenommen haben wie gesagt einfach oberhalb ringsrum die Maschen aufnehmen und mit einer festen Masche häkeln und wir nehmen jetzt hier am Rand nochmal Maschen ab also hier wo die Schulter ist im Prinzip die Höhe der Schulter da nehmen wir jetzt nochmal Maschen ab wir schauen das hier ist die mittlere Masche wir nehmen diese beiden Maschen als erstes zusammen das heißt wir stechen ein holen den Faden durch stechen in die nächste ein und holen auch da den Faden durch haben jetzt drei Maschen auf der Nadel und ziehen komplett durch alle drei Schlaufen durch diese nächste die mittlere wird ganz normal gehäkelt und die nächsten beiden häkeln wir wieder zusammen auch wieder einfach den Faden durchholen durch beide Maschen und alle drei Schlaufen zusammen abhäkeln und jetzt wieder ganz normal feste Maschen häkeln bis zur nächsten Schulter so wir sind bei der nächsten Schulter angekommen hier ist die mittlere Masche und die erste die davor die zwei Maschen häkeln wir wieder zusammen das heißt einstechen Faden holen drauf lassen und in die nächste einstechen Faden holen und alle drei Schlaufen zusammen abmaschen hier wieder eine einzelne feste Masche häkeln und die nächsten beiden auch wieder zusammen häkeln das heißt einstechen Faden holen in die nächste einstechen Faden holen und alle drei zusammen abmaschen und noch die letzten Maschen festen Maschen häkeln bis zur Mitte bis wir hier angekommen sind dann schauen wir mal ob es reicht für den Kragen und dann haben wir es auch fast geschafft sind wir hier am Ende machen wir mal eine Kettmasche um zu gucken wie es aussieht so so sieht es aus denke das reicht für den Halsausschnitt machen wir jetzt noch hier hinten eine Luftmasche ziehen es fest und beenden die Häkel arbeiten so dann wird der eine Faden noch vernäht festziehen zwei Fäden hier unten ist auch noch einer so die dann noch vernähen der Halsausschnitt ist fertig so sieht es eigentlich ganz gut aus Pullover ist auch wieder toll geworden schönes einfaches Muster ich hoffe es hat euch gefallen den Fäden wie gesagt vernähe ich noch und euch gefällt der Pullover genauso gut wie mir ich freue mich über jeden Like den ihr mit da lasst über jedes Abo wenn ihr es noch nicht getan habt und besucht mich auf Instagram und ja dann viel Spaß beim Nachhinein ja macht's gut wünsche euch einen schönen Tag Tschüss